Heute geht es um das neueste Update im Fall Geoferim. Der Prozess hat jetzt offiziell gegen Geoferim in Leipzig begonnen und ich dachte es wäre sehr interessant den Ticker von Fokus mal durchzugehen mit euch, was da jetzt heute alles so passiert ist und da gibt es einige sehr spannende Aussagen und es sieht meines Erachtens nicht so toll gerade für Geoferim aus. Und wenn euch das Ganze interessiert mit dem Prozess und ihr generell dort investiert seid, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich habe eine komplette Playlist über Geoferim, über den Fall und habe von Anfang an berichtet in den letzten Monaten, ja schon fast Jahren muss man ja sagen und bleibe natürlich jetzt auch bei dem Prozess täglich dran. Und ich denke das wird jetzt sehr sehr spannend für euch, denn es hat es in sich, was jetzt so dort passiert ist. Und wir gehen jetzt direkt mal in den Artikel rein und ich gehe das mal mit euch zusammen durch. Wir gehen jetzt zusammen den Artikel von Fokus durch. Die Quelle ist wie immer für euch auch unten verlinkt. Da ist auch nochmal der gestrige Tag zusammengefasst, aber ich würde sagen wir fangen dann heute mit dem Tag richtig an. Und damit wir dann auch möglichst schnell dann immer die Updates haben, dass ihr dann immer quasi einen Tag später dann das habt, was am gestrigen Tag passiert ist. Ich denke so macht es am meisten Sinn für euch, um da auch mitzukommen, für die Leute, die jetzt keinen Bock haben, täglich in der Zeitung rumzusuchen. Und ich denke, das ist hier nochmal ganz interessant. Geoforium hat den Gerichtssaal betreten, also es ging um 9 Uhr los, dann 9.08 Uhr. Heute knüpfen wir an, wo wir gestern aufgehört haben bei der Technik. Zu Beginn gibt der Vorsitzende Richter Andreas Stadler erst einmal eine Einführung in die Verwendung der Mikrofone. Also es wird nochmal über die Technik dort gesprochen. Das ist natürlich auch für jeden. Jeder kann dort rein theoretisch auch vor Ort sich das Ganze anschauen. Also wenn ihr da auch aktiv seid oder wirklich auch einen Presseausweis habt und so weiter und so fort und da aktiv seid und auch mit mir zusammenarbeiten wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei mir melden. Wäre natürlich auch sehr spannend. Also ich bin da auch immer jemand, der da auch gerne seine Reichweite mit euch teilt. Also überhaupt kein Problem, da profitieren wir ja wirklich dann auch beidseitig von. Ansonsten gehen wir jetzt hier weiter um 9.12 Uhr. Es geht weiter mit der Vernehmung des Hotelmanagers. Und da wird es dann spannend, der an jedem besagten Abend im Oktober Geoforium im Leipziger Hotel Silvest Inn an der Rezeption gegenüberstand. Der Mann hatte zum Prozessauftakt bereits seine Sicht der Dinge geschildert. Heute muss er sich den Fragen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung stellen. Und ich denke auch, das ist jetzt hier nochmal sehr, sehr spannend, wie dann auch auf Fragen geantwortet wird. Das könnte hier definitiv nochmal spannend werden. Und dann geht es hier weiter um 9.14 Uhr. Übrigens, während zum Prozessauftakt der Gerichtssaal noch prall gefüllt war, haben sich die belegten Plätze bereits halbiert. Rund 40 Zuschauer befinden sich im Saal 115. Also es scheint jetzt wieder recht gut möglich zu sein, den ganzen Prozess sich auch live anzuschauen. 9.16 Uhr hat es am Abend des 4. Oktober noch ein Gespräch zu dem Vorfall mit Geoforium gegeben, fragte der Vorsitzende Richter, er habe noch mit seinen zwei Kolleginnen, die im Dienst waren, darüber gesprochen. Genauso mit seiner Partnerin und mit den Stammgästen fragt Stadler weiter. Nicht sicher, kann mich nicht erinnern, ob das der Fall war, so der Hotelmanager. Dann geht es hier weiter. Kann mich nicht erinnern, auf mehrere Fragen weiß der Hotelmanager keine Antwort. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. 9.17 Uhr und wie er die Kleidung von Geoforium beschreiben würde, die er an dem Abend anhatte, das könnte er nicht mehr sagen, was er trug, ob kurz, langen Hut oder Brille, kann ich nicht sagen. Und zu Schmuck, ich habe die gestikulierende Hand wahrgenommen, ansonsten nichts. Und das ist natürlich dann auch nochmal so recht interessant, weil es natürlich dann auch diese Kette gar kein Thema anscheinend war, so wenn man jetzt das mit dem Hotelmanager gut meint. Auf der anderen Seite könnte das natürlich auch vielleicht Geoforium in die Karten spielen, weil dann irgendwie, das heißt, der weiß ja überhaupt nicht Bescheid, was der überhaupt anhatte. Wie soll der denn überhaupt mitbekommen haben, dass der eine Kette anhatte oder nicht? Also kann man jetzt wieder so oder so sehen. 9.18 Uhr, ob er einen Ruf in der Lobby gehört hätte, zu keiner Zeit, ich habe keine Rufe gehört, weder während des Dialogs mit dem Angeklagten noch danach. Dann geht es hier weiter, ob der Zugang zu den Überwachungsvideos hatte, nein, der Raum ist ein bisschen als heilig gesehen, ich habe auch keinen Schlüssel. Das System sei durch ein Passwort geschützt, nur mit dem Betriebsrat und Geschäftsführung plus einem Techniker könne man die Daten einsehen. Auch sehr interessant. Das Video hätte er aber gesehen, ein paar Tage danach, das ist aber schon über ein Jahr her. Dann 9.21 Uhr, ich war erstaunt, wie das Video dort landen konnte, so der Hotelmanager und meint damit die Öffentlichkeit und die Medien. Ja, das wurde ja in groß in der Bild berichtet, ich habe ja auch drüber berichtet und das war natürlich ein Riesending damals und ein großes Thema. 9.23 Uhr jetzt darf der Staatsanwaltschaft dem Hotelmanager Fragen stellen und das ist jetzt natürlich sehr spannend. Es geht um die Liste, auf der die VIPs unter den erwartenden Gästen des Hotels stehen. Zugang zu der Liste hätte jeder Mitarbeiter des Hotels. Ob ihm der Name Geoforim etwas gesagt hätte, nein, sagte mir gar nichts. Geoforim hat ja natürlich sich da so als Weltstar am Abend da verkauft, dass jeder ihn ja kennt. Und das ist meines Erachtens Blödsinn. Klar hatte er ja seinen einen anderen Hit in der Jugend, aber in den letzten Jahren ist das ja nun eigentlich sehr, sehr ruhig gewesen. Und erst wieder durch Trash-TV-Sachen, wie Let's Dance und ja auch jetzt diese Geschichte hier, ist er wieder ins Gespräch gekommen. 9.27 Uhr hätte aber schon in der Erinnerung, dass andere Kollegen etwas mit dem Namen hätten anfangen können. Die schauen mehr TV und das war der Name geläufig, der Name Ophorim fiel. Ob er Ophorim in der Warteschlange wahrgenommen hätte, fragt der Staatsanwalt und dann wird darauf gar nicht geantwortet. Wie war das Gespräch mit Ophorim? Es war keine sachliche Ansprache, das war eine lautstärke Ansprache mit einer aufgeregten Gestik. Ich habe versucht, erst einmal zu hören, um was es überhaupt geht. Und dann ging es weiter, ob Ophorim gesagt habe, dass er antisemitisch diskriminiert wurde. Das war gar kein Thema, zu keiner Zeit, so der Hotelmanager. Das ist auch schon mal sehr, sehr krass. Dann geht es hier weiter, 9.36 Uhr. Wer denn die Befugnis habe, das Hausrecht auszuüben? Also Ophorim, das Hotels zu verweisen, die Direktion und die Abteilungsleiter. Im Ernst für auch die Nachtschicht. Ich stehe ein Stück weit mit freiem Ermessen, wenn man vom Hausrecht Gebrauch mache. Es sei schon eher selten, dass Gäste des Hotels verwiesen werden. Meist sei dies der Fall, wenn die Gäste schon im Hotel nächtigen. So der Hotelmanager ein Fall, wie der von Ophorim sei die Ausnahme. Also auch noch mal was, was jetzt eher ungewöhnlich war. In einer Übergabemail an die Kollegen für die Nachtschicht schrieb der Hotelmanager, dass Ophorim einchecken dürfe, wenn er doch noch komme. Ohne Entschuldigung, wie der Hotelmanager ursprünglich gefeuert hatte. Ob er die Diskrepanz erklären könne, fragte der Staatsanwalt. Er war relativ aufgebracht und ich wollte schon gern, dass die Wogen etwas geklettet sind. Das können ein, zwei Stunden frische Luft auch auslösen. Man selber aber auch ein bisschen Zeit, um nachzudenken. Das war dann die Vorgabe für meine Kollegen, das dann auch so zu tun. Dann geht es hier weiter. 9.44 Uhr, ob ihm Gespräche zu einem Täter-Opfer-Ausgleich bekannt wären. Er weiß, dass es eines gegeben habe. Das war aber nicht dabei. Er habe sich mit seinem Anwalt beraten, was dies bedeutet. Es sei aber nie zu einem Ergebnis gekommen, soweit er wisse. Und das ist dann auch nochmal interessant. Dann geht es hier weiter. Das ist alles in der ersten Stunde passiert. Die Staatsanwältin fragt, ob sein Jobwechsel weg vom Hotel Sebastian mit dem Ophorim-Vorfall zu tun hätte. Er hat einen großen Anteil daran. Es ist schon schwer, wenn man immer wieder in den gleichen Räumlichkeiten dort rumläuft. Er holt einen immer wieder ein. Es war nie weg. Und das ist natürlich ein harter Schritt. Muss man auch den Mitarbeiter natürlich hier auch ernst nehmen. Das ist natürlich schon krass, wenn man es da schon nicht mehr wirklich aushält. Deshalb auch die Beschwerde-Situation, wo dann auch Gäste diese Karte spielen und sagen, da gab es doch mal damals und das Hotel sei ja vorgeschädigt. Das ist mir persönlich nicht so widerfahren, aber das haben mir Kollegen berichtet, das sei eine Entscheidung gewesen zu wechseln. Jetzt darf die Verteidigung Fragen stellen. Diese bittet um eine kurze Unterbrechung. Zehn Minuten Pause. Und statt der angekündigten zehn Minuten sind es bei 20 Minuten Pause. Wie scharf werden die Fragen von Ophorim-Verteidigung wohl sein? Schließlich geht es um den Vorwurf des Antisemitismus. Von dem Hotelmanager bisher nichts bestätigte. Jetzt aber wirklich, es geht weiter. Es hat fast eine halbe Stunde gedauert. Ophorim und sein Verteidiger sowie die Richtiger haben den Gerichtssaal wieder betreten. Auch der Hotelmanager, der als Zeuge aussagt, ist wieder da. Die Verteidigung hat keine Fragen an den Zeugen. Der Zeuge soll aber den Gerichtssaal verlassen und damit schreitet er auch zur Tür hinaus. Okay, das ist ja nun sehr merkwürdig. Der Verteidiger von Ophorim stellt derzeit einen Antrag, dessen Inhalt noch nicht zitierfähig ist. Und wir informieren Sie über die Inhalte, sobald dies möglich ist. Also ob das jetzt so gut ist, war ich jetzt auch zu bezweifeln. Aufgrund des Antrags der Verteidigung unterbricht das Gericht die Sitzung bis 11.15 Uhr. Also da merkt man auch, warum das alles immer so lange dauert. Also wird erst mal eine halbe Stunde Pause gemacht und im Prinzip wird dann auch nicht weiter gemacht. Durchaus interessant. 11.20 Uhr, bald dürfte es im Prozess weitergehen. Für Sie zum Hintergrund, warum schreiben wir in diesem Ticker derzeit nicht, um was es in dem Antrag geht. Der Zeuge, der Hotelmanager hielt sich im Gerichtssaal auf, während die Kammer, Ophorimens Verteidiger und die Staatsanwälter den Antrag der Anwälte diskutierten. Es bestünde also die Möglichkeit, dass der Mann währenddessen in diesem Ticker mitlesen könnte. und somit genau Bescheid weiß, was im Gericht diskutiert wird. Okay, das ist natürlich dann vollkommen klar. Auch mal interessant, wie das hier alles so von der Berichterstattung läuft. Dann um 11.34 Uhr und es geht weiter. Alle Parteien haben den Gerichtssaal wieder betreten. Dann geht es ja weiter. Und jetzt zum Hintergrund, darum ging es in der letzten Stunde. Der Verteidiger Dr. Betz erklärt, dass sie einen Antrag haben. Dann trägt der Verteidiger Müller vor. Der Zeuge soll wahrheitsgemäß antworten und verteidigt werden. Der Hotelmanager habe sich sinngemäß bei zwei Punkten festgelegt, bei denen die Verteidiger glaubt, dass er nicht die Wahrheit sage. Erstens habe er erst einige Zeit nach dem Vorfall durch ein Telefonat mit einer Mitarbeiterin die Produktionsfirma erfahren, dass es sich um Ophorim handele. Er habe Ophorim nicht gegoogelt. Zweitens, er habe die Nächtigung Ophorims nur wegen der Drohung verweigert gegen das Hotel. Aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich der Schluss, dass der Zeuge die Unwahrheit gesagt hat. Sorry. Es geht um die Frage, ob der Hotelmanager Ophorim erkannt habe. Dann zitiert der Verteidiger aus einem Protokoll. Er sprach mit einem Kollegen über die kommenden VIPs. Sie scherzt noch mit mir, dass ich Herrn Ophorim nicht kannte. Daraufhin habe ich vorher hinein den Namen gegoogelt. Das soll der Hotelmanager laut dem Verteidiger in einem Protokoll gesagt haben. In einem internen Dokument des Hotel West End stehe in der ersten Zeile Herr Ophorim. Aus all dem ergebe sich, dass Herr Ophorim dem Hotelmanager bekannt sei. Ja, okay. Es sei auch unglausibel, dass ein erfahrener Hotelmanager nach so einer kurzen Zeit, 28 Sekunden, schon vom Hausrecht Gebrauch mache. Die Frage um den Antisemitismus steht und fällt mit der Frage, ob der Hotelmanager Ophorim gegoogelt hat, erkennt Ophorims Verteidigung. Deswegen sei der Verteidigung der Antrag auf Vereidigung so wichtig. Ja, ist deren Recht. Ja, weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu. Kann man so sehen, kann man aber auch so nicht sehen. Das ist immer schwierig. Aber dass er ihn jetzt gar nicht kannte, halte ich jetzt auch eher für komplett unwahrscheinlich. Ich glaube, auch wenn das vorher Thema ist, man googelt jetzt eine Person und das auch alles per Protokoll feststeht, verstehe ich jetzt auch nicht, warum der jetzt dort das nicht so klar auch gesagt hat. Das hätte man ja verstanden. Der Richter schmettert einen Antrag von Ophorim Anwälten ab, auch interessant. Hotelmanager wird nicht vereidigt. 11.41 Uhr, also auch nochmal ein Nackenschlag für Ophorim, so deute ich das. Ihr könnt mich aber auch gerne als Juristen hier ein bisschen beraten. Ja, ich bin jetzt hier kein Profi. Und der Gerichtsbeschluss der Hotelmanager bleibt unverartigt. Zeugen werden nur vereidigt, wenn das Gericht das nach seinem Ermessen für notwendig hält, wie der Vorsitzende Richter sehr ausführlich erklärt. Damit lehnt das Gericht den Antrag der Ophorim Anwälte ab. Die Kammer sei von einer Aussage erst überzeugt, wenn sie die Unwahrheit ausschließen könne, erklärt der Vorsitzende Richter, dass die Aussagen des Hotelmanagers gänzlich unplausibel sein können. Die kann man derzeit nicht erkennen, so sehe ich das eigentlich auch. Kurz gefasst sollen weitere möglichen Zeugen und die Videoaufnahmen der Überwachungskammer analysiert werden. Also hier geht es ordentlich ab. In den ersten drei Stunden ist hier schon echt viel passiert. Jetzt kommt noch einmal der Hotelmanager in den Gerichtssaal, um entlassen zu werden. Er darf nach Hause gehen oder Verhandlungen weiter folgen. Der Mann sitzt sich auf die Nebenklägerbank. Interessant. Nun sagt eine weitere Zeuge, einer der beiden Hotelmitarbeiterinnen, die an jedem Abend an der Rezeption des Hotel Silveston gearbeitet hat. Die 25-jährige Studentin schildert, was sie an dem Abend wahrgenommen hat. An dem 4. Oktober, einem Monat, wäre ich eigentlich gar nicht in der Arbeit gewesen. Ich war an dem Tag an der Uni und sprang für eine Kollegin ein, die ausgefallen ist. Sie seien zu weit an der Rezeption gewesen. Der Hotelmanager sei aus gegebenen Anlass, weil die Geräte nicht funktionieren und 4 im Hotel los war, länger geblieben. Die Studentin bestätigte auch, dass die Karten der beiden Stammgäste, von denen auch der Hotelmanager erzählte, bereits vorbereitet waren und deswegen ausgängig werden könnten. Dann geht es hier weiter. Overhim drohte, bam, 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 Instagram, Facebook geht alles los. Okay, auch ein bisschen unangenehm, aber gut. Gut, 11.53 Uhr, Herr Overhim kam zu mir an den Schalter und war am Anfang noch relativ gefasst. Dann hat er sich recht schnell bei mir darüber aufgeregt, dass wir die Gäste rausgezogen haben. Es könne nicht sein, dass man andere Gäste bevorzuge, habe er laut der Studentin gesagt. Sie habe erklärt, dass das Stammgäste seien. Also klingt für mich sehr plausibel, ohne jetzt zu parteiisch zu sein. Es klingt irgendwie so, dass man das irgendwie verstehen kann. Ich kannte Herrn Overhim nicht. Ich konnte mich auch nicht auf die Gäste vorbereiten, weil ich ja spontan kam. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Ich habe angefangen, wild zu gestikulieren und habe sich beschwert, dass man ihn nicht auch vorgezogen habe. Denn habe Overhim relativ schnell nach dem Hotelmanager verlangt. Dieser stellte sich schnell neben, die 25-Jährige. Ja, auch einer Frau gegenüber, ja, auch einer ganz jungen Frau, weiß ich nicht, muss jetzt nicht unbedingt sein. Man kann ja auch verstehen, wenn man so ein bisschen gereizt ist und genervt und einfach aufs Zimmer möchte, aber irgendwie klingt das hier alles sehr, sehr merkwürdig. Er habe das auch schon im schroffen Ton gesagt und sich darüber beschwert, was das für ein furchtbarer Laden sei. Und dann bestätigte sie auch, dass er mit schlechter Presse gedroht habe. Bam, 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 Instagram, Facebook, geht alles los. Dann habe der Hotelmanager erklärt, dass man Overhim dann nicht einchecken lassen könne. Sie hätte das wohl auch so getan, weil es das Hausrecht des Hotels sei, dass der Hotelmanager Overhim danach zur Seite gezogen habe, habe sie mitbekommen, mehr aber nicht, weil sie dann weiter arbeitete. Dann geht es hier weiter. Der Vorsitzende Richter Stadler stellt die 25-Jährigen weitere Detailfragen zu jedem Abend am 4. Oktober 2021. Die junge Frau versucht detailgetreu zu antworten, doch der Fall ist über zwei Jahre her. Er sei völlig in Ordnung, sich nicht mehr an alle Details zu erinnern, erklärt Stadler. Das ist, finde ich, auch vollkommen legitim. Also man ist ja manchmal schon nach ein, zwei Wochen überfordert, da jedes Detail sich zu merken. Aber nach zwei Jahren ist das, glaube ich, auch vollkommen verständlich. Nach dem Gespräch habe sie den Hotelmanager angerufen, ihren direkten Vorgesetzten. Sie haben ihm gesagt, dass sie nichts von möglichen Antisemitismusvorfällen mitbekommen habe. Okay, danke, wir warten jetzt einfach erstmal ab, soll der Hotelmanager zu ihr gesagt haben. Es könne auch eine E-Mail gewesen sein, aber ich habe ihn informiert. Dann geht es weiter. Jetzt geht es um mögliche Rufe in der Lobby und man das mit dem Geräuschpegel in dem Hotel hören würde und ob sie, die Mitarbeitern, das hören würde. Damit ich das gehört haben könnte, hätte das nahe vor mir passieren müssen. Und in einem lauteren Ton an Rufe erinnere ich sie sich nicht. Sie habe mit hundertprozentiger Sicherheit nichts mitbekommen von etwaigen Rufen. Kurze Pause, bevor die Staatsanwaltschaft ihre Fragen an die Hotelmitarbeiter stellen kann. Es geht weiter um 13.15 Uhr, also wird auch sehr häufig dann pausiert. Pausen dauern bekanntlich immer länger als angekündigt. Anstatt weiterzumachen, sind Richter, Staatsanwalter und die Verteidiger in einem Nebenraum verschwunden. Goofrin bleibt währenddessen im Gerichtssaal sitzen, wenn es weitergeht. Unklar, warum die Pause, das erfahren wir hoffentlich, sobald es weitergeht. Dann um 13.31 Uhr und sie sind wieder da. Es geht weiter. In der Unterbrechung habe es ein Gespräch zwischen Beteiligten gegeben, erklärte der Vorsitzende Richter Stadler. Es ging um den Ablauf der Vernehmung der vorgeladenen Zeugen. Jetzt geht es weiter. Jetzt werde die Mitarbeiterin weiter befragt. Aber für den Großteil der Fragen der Verteidigung müsse die Studenten noch einmal ins Gericht kommen, wohl am 29. und 30. November. Also das geht hier noch eine ganze Weile. Also bleibt dran und abonniert gerne kostenlos. Ihr könnt auch gerne Lob und Kritik reinschreiben. Aber viel anders kann ich es jetzt nicht machen, weil man nicht persönlich vor Ort war. Das ist jetzt, glaube ich, so die beste Möglichkeit, ausführlichst darüber zu berichten und euch zu erklären, was da so passiert ist an dem Tag. Jetzt kommen die Fragen der Staatsanwaltschaft um 13.39 Uhr, wann sie die Verknüpfung gemacht habe, dass Ophirim auch die Person gewesen sei, die des Hotels verwiesen wurde. Der Name habe ihr nichts gesagt. Erst am nächsten Tag, als sie dieses Video gesehen habe und gemerkt habe, welche Ausmaße das alles annehme. Erst dann habe sie sich damit befasst. Klingt für mich auch authentisch. Ob ihr Ophirim in der Warteschlange aufgefallen sei? Ja, aber ich hatte andere Gäste vor mir, auf die ich mich konzentriert hatte, aber er ist mir als Person aufgefallen. Das ist ja, glaube ich, auch relativ legitim. Wie sei ihr die Aufgebrachtheit Ophirims aufgefallen? G ist die Körpersprache. Er ist aber nicht lauter, sondern schroffer geworden. Ob die Aussage, bam, 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 von Ophirim stammte, ich bin der Meinung, dass er das auch so gesagt hat. Pack dein Stern an, ist dieser Satz von einem der Hotelmanager gefallen? Fragt die Staatsanwaltschaft? Nein. Das ist eine ganz, ganz klare Geschichte. Dann geht es hier weiter. 13.51, keine Fragen seitens der Forensikers oder des Lebenklägers. Es geht weiter mit der Verteidigung. Die will vor allem organisatorische Fragen innerhalb der Hotelstruktur klären. Alles weitere dann wohl Ende November. Jetzt gucken wir uns auf einer großen Leinwand Aufnahmen an. Es geht um die Masken, die das Hotel für Reservierungs- und Check-In verwendet. Darauf ist auch die Beschreibung VIP mit einer Nummer dazu zu sehen. VIPs. Die Mitarbeiterin erklärt, wie sie sich täglich eine Liste mit ankommenden VIPs ziehen. Die Abkürzung VIP bedeutet Very Important Person. Auf Deutsch eine besonders wichtige Person. Das Hotel Sebastian verwendet laut den bisherigen Aussagen des Hotelmanagers und der Mitarbeiterin diese Bezeichnung als Hinweis für die Mitarbeiter, dass sie es mit einer relevanten Persönlichkeit zu tun haben. Diese können Politiker, Stars oder auch Stammgäste sein und genießen manchmal besondere Vorteile im Hotel. Das ist, glaube ich, auch gang und gäbe. Sagen Sie niemals Nein. Sagen Sie lieber Ja gerne. Das steht auf dem Kopf des nächsten Dokuments, das auf den Leinwand zu sehen sind. Darin geht es um für die Mitarbeiter relevante Informationen, die am Vortag, in der Nacht und auch am nächsten Tag passieren. Etwa An- und Abreise. Das erklärt die Mitarbeiterin, die sich noch im Zeugenstand befindet. Bei den VIP-Anreisen stehen ganz oben der Name. Geofe-Riebenzimmer. 2617 Abreise. 5.10.2021. Bemerkung Sänger. Dann geht es weiter. Gerade ging es um Nachfragen zu Reservierungssystemen des Hotels und Gräsenatorisches. Zu weiteren Zeugenbefragungen. Jetzt erst einmal Pause und es geht um 15 Uhr weiter, dass es wieder so viel Pause gemacht. Und es geht weiter um 15 Uhr. Bombe platzen lassen, dass es viel Ärger für das Hotel geben würde. Das ist hier ein Zitat. Jetzt sind eine weitere Zeugin vor Gericht und schildert die Situation. Ich bin mit meiner Kollegin an dem Tag in das Hotel gekommen. Um einzuschicken, erklärte die 58er Bank, 58er Baukaufmann, sein Gast einer Veranstaltung des damaligen Arbeitgebers gewesen. Im Hotel habe sich eine längere Schlange gebildet und er habe mitbekommen, wie Personen hinter ihm nachgefragt hätten, warum das so lange dauere. Diese Personen wurden vom Hotelmanager herausgezogen und konnten offenbar einchecken. Daraufhin habe Uferim nachgefragt, warum sie vorgezogen würden, was man irgendwie auch ein bisschen verstehen kann, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Ja, das geht Uferim dann und sagt, warum werden die jetzt hier rausgezogen. Vom Hotelmanager habe Uferim eine etwas eher patzige Antwort bekommen, dass schon alles für sie vorbereitet gewesen wäre. Uferim habe in der Schlange reingefragt, ob für noch jemand etwas vorbereitet gewesen wäre. Daraufhin hätte niemand geantwortet. Er und seine Kollegen hätten hinter Uferim gestanden. Die 58-Jährige habe Teile des Gesprächs zwischen dem Hotelmanager und Uferim mitbekommen, zumindest die Teile Uferims. Er werde eine negative Bewertung in den sozialen Medien hochladen. Das lasse er sich nicht gefallen und eine Bombe platzen lassen, dass das viel Ärger für das Hotel geben würde. Das ist natürlich auch ziemlich krass, sowas anzudrohen nach so einer Laparie. Also muss man sich auch mal reinziehen. Dann soll der Hotelmanager ihm den Meldeschein weggezogen haben. Dann gehen wir hier weiter. Uferim war laut dem Zeugen mit einer Lederjacke begleitet, hatte einen Gitarrenkoffer und einen weiteren Koffer mit bunten Aufkleber dabei. Wie der Zeuge schildert, in der Warteschlange seien auch ein paar erregte Stimmen gewesen. 15.29 Uhr der Zeuge und Uferim seien fast gleichzeitig an den beiden Check-In-Schaltern gekommen. Er habe das Gespräch zwischen dem Hotelmanager und Uferim mitbekommen, weil Uferim lauter gesprochen hätte. Wie lange das Gespräch zwischen den beiden gedauert hat, 60 bis 90 Sekunden lassen. Sie ist zwei Minuten gewesen sein, aber es war eine relativ schnelle Abfolge. Er habe gehört, dass Uferim nicht einchecken brauche, wenn er so über das Hotel spreche. Er habe nicht gehört, dass der Hotelmanager gesagt habe, dass er das Hotel verlassen müsse. Dann geht es hier weiter. Jetzt stellt der Staatsanwaltschaft Fragen. Es geht um das Schmuckstück, den Davidstern, den Uferim, um den Hals trug. Der Zeuge habe den Davidstern bei Uferim später gesehen, anfangs aber nicht. Uferim habe, soweit sich der 58. erinnere, seine Jacke anfangs noch nicht geöffnet. Okay, das ist interessant. Der Zeuge habe den Davidstern bei Uferim später gesehen. Also immerhin. Das würde ja für G. Uferim schon mal bedeuten, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist. Vielleicht war das auch der Zeuge, den ich im letzten Video, wo der Anwalt von G. Uferim gesagt hat, dass es einen Zeugen gibt, der den Stern gesehen hat. Vielleicht ist das jetzt der Zeuge, weil irgendwie so richtig toll, wie das dort verkauft wurde, klingt das jetzt hier auch nicht. Ja, wenn der die Jacke zu hatte, dann kann man den ja erst recht nicht gesehen haben, den Davidstern und diese Kette. Der Zeuge erklärt nochmal auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft, nicht ufrühm habe gesagt, dass er eine Bombe platzen lassen würde, das sei die Formulierung des Zeugen gewesen. Auch nochmal interessant und wieder Pause, um 16 Uhr soll es weiter gehen. Also da wird ja sehr viel Pause gemacht. Es geht früher los als angesagt, die Verteugung hat derzeit keine Fragen an den Zeugen. Nach einigen Fragen zu dem Aufbau der Lobby in dem Hotel Westin lässt der Vorsitzende Richter den 58-Jährigen aus dem Zeugen gestand. 16 Uhr und die nächste Zeugin, die Kollegin des 58-Jährigen Bankkaufmanns, auch sie schädert den 4. Oktober 2021 im Hotel Sebastian. Sie habe schon ihren Kollegen angestupst, ob das nicht ufrühm sei. Der Kollege habe nur mit der Schulter gezuckt. Und dann geht sie weiter. Sie habe doch immer die Karten schon fertig. Können wir die nicht kriegen? Das hätten die Herren gefragt, die hinter der 63-Jährigen und ihrem Kollegen gestanden hätten. Sie wären Stammgäste, hätten sie gesagt. Aufruhung habe sich dann halb umgetritt und sagte laut Zeugin mit kräftiger Stimme, wir stehen hier doch alle in der Linie und warten. Oder in der Line. Und dann geht sie weiter. Die Zeugin sagt, sie habe nicht noch gehört, dass Ophurin zu dem Hotelmanager sagte, dass er nicht den Ort gefunden habe, dass die Männer die Karten bekämen. Er wirkte genervt, dass er seine Karte nicht bekommen hat und warten musste. So die Zeugen kann man ja auch so ein bisschen verstehen nach so einem langen Abend, dass man ja auch ein bisschen genervt ist, wenn man da ewig warten muss und einige da eher ihre Sachen bekommen, die da auch einfach nur stehen. Der Hotelmanager sei sehr ruhig gewesen und habe dann Ophurin gesagt, er müsse nicht in diesem Hotel übernachten. Ophurin habe dann gesagt, er könne das auch publik machen über Instagram und dann ging es bam bam viral und habe dabei in die Handflächen geklatscht. Die Zeugin habe von einer Kollegin das Video, das Ophurin in den sozialen Medien veröffentlichte, geschickt bekommen. Ob das so gewesen sei, habe die Kollegin gefragt. Nein, das sei nicht so gewesen, so die Zeugin. Also auch nochmal, Eieiei, sieht jetzt nicht so gut aus für Ophurin, würde ich sagen. Die Zeugin zeigt dem Gericht den WhatsApp-Chat mit der Kollegin. Die Kollegin sendete einen Artikel zu den Antisemitismusvorwürfen, die Ophurin den Hotelmitarbeiter machte und fragt, war das wirklich was los? Ihr wart dabei, komisch war er daraus, was er daraus macht. Die Zeugin antwortet, das stimmt definitiv nicht, er hat gepöbelt, das stimmt nichts von. Unglaublich. Also auch harter Tobak. Es geht wieder mal um die Situation in der Lobby. Die Zeugin habe keine Rufe gehört und auch nichts Auffälliges gesehen. Pack deinen Stern weg. Diesen Satz habe die Zeugin nicht gehört. Also das spricht jetzt alles gegen Ophurin hier. Das muss man mal so deutlich auch aufzeigen. Jetzt kommen die Fragen der Staatsanwaltschaft. Eine Kette habe sie nicht wahrgenommen, erklärt die Zeugin. Sie habe Ophurin aber auch nur seitlich oder von hinten gesehen. Dann geht es hier weiter. Nun kommen die Fragen der Verteidigung, ob Ophurin wirklich gepöbelt habe, wie die Zeugin in ihrem Chat schreibe. Sie meinte damit, dass er androht, über die sozialen Medien den Vorfall zu verbreiten. Den Inhalt habe sie als Pöbeln bezeichnet. Die Zeugin und ihre Kollegen gingen von sich aus zur Polizei, weil sie in den Medien die Schilderung Ophurin gelesen hatten. Ihrer Ansicht nach sei die Situation aber anders geschehen als Ophurin, die es geschildert hatte. Das gibt es in der Folge und damit ist die Zeugin entlassen und der heutige und zweite Prozestag beendet. Der nächste Prozestag ist für den 14. November angesetzt. Also wir haben jetzt erstmal so ein bisschen Zeit. Ich werde natürlich dazwischen so ein bisschen das weiter vorbereiten für euch. Hier ist auch nochmal aufgezeigt, wann hier die nächsten Tage sind. Also Dienstag am 14. November geht es weiter und das zieht sich dann bis in den Dezember. Ich werde wirklich jeden Tag das dann so über die Tage berichten, was jetzt hier passiert ist, so wie in diesem Fall. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich werde natürlich die nächsten Tage dann das so ähnlich für euch aufarbeiten, auch drumherum Artikel sammeln. Ihr könnt mir gerne auch Sachen zuschicken. Bei Instagram bin ich sehr aktiv oder halt auch gerne dann per Mail. Ist alles bei mir zu finden hier auf dem Kanal und dann könnt ihr dort auch gerne mir Sachen noch zukommen lassen, die vielleicht wichtig sein könnten für die Berichterstattung. Ich versuche hier auch alle Seiten aufzuzeigen. Ich hatte ja gestern schon ein Video gemacht, wo ich auch über den Anwalt von Geoferim ein Video gemacht habe, der auch nochmal einen Livestream hatte, wo er nochmal seine Sicht der Dinge uns kundgetan hat. Und jetzt wirkt das jetzt allerdings, wenn man das alles so durchgegangen ist, dann doch gar nicht so positiv für Geoferim. Aber nun gut, wir werden sehen, wie es jetzt die nächsten Tage weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht und bleibe für euch am Ball. Schaut ihr gerne auch in das letzte Video. Da ist nochmal das Video mit dem Anwalt von Geoferim für euch verlinkt auf der Endcard. Und ansonsten auch alles zu finden. Ich heiße überall Da Vinci YouTube. Könnt ihr mir überall folgen. Gerne auch auf Twitter, da bin ich auch immer aktiv. Und ansonsten sehen wir uns dann die nächsten Tage schon wieder. Ich glaube schon morgen, weil ich glaube, da wird es auch nochmal spannend. Bis dann und ciao, ciao.